Tag! Oh. Weiter. Weiter geht's. Weiter geht's. Wir haben hier ne Flagge gefunden. Wie sollen wir denn hochfahren? Jetzt, wo die Flagge angebracht ist, starte den Generator, um sie gaaanz nach oben zu fahren. Bleib bei dem Generator, bis die Flagge ganz oben ist, Slap! So ein Slap will seine Flagge über unserem Gebiet hissen. Macht ihn fertig! Tod durch, Robert! Kanatenzeit! Der Scherker, get rid! Flaggen hissen als Generatorgerät. Okay, nice. Wenn ich dich sehe, kommen mir die Freuden rein, die... Und fast kaputt. Mhm. Lagraising Generator Device, ja. Im Englischen gar so dämlich. Also mit den zwei Explosivpustionen ist schon relativ geil. Und wo kommen denn die ganzen Schüsse? Von da hinten noch irgendwo, ne? Ja, ich seh grad nix großartiges. Ich auch nicht. Aber das, was ich sehe, versuch ich hochzuheben. Mhm. Ach, aber von allen Seiten kommen sie, wenn auch nur einzeln. Der Nomade ist nicht der, den ich hochheben wollte. Egal. Ich find's schön, mittlerweile kann ich nachladen und immer noch danach schießen. So lange hält das schon oben. Mhm. Oh, okay. Mein Schild ist down. Oh, die Geridium fallen lassen. Schön. Wow. Ich find das so geil. Ich hab hier oben auf dem Ding stehen, die ganze Zeit. Mit hochgefahren werden. Wer der Psycho? Wer der Zwerg? Lot. Hör das nicht. Wann ich dritt? Wann du dritt? Wann wir dritt? Wann... Was ist das denn? Wann zuhören? Wann sie zuhören? Knäht? Okay, mach wir den mal. Mach auch Bad S2 hier. FANTASTICH! Und jetzt schreng den Generator in die Luft damit sie unsere Flagge nicht herablassen können! Gut. Rapplassen sie. Hier ist ein Medikind! Die ist irgendwie schon gemacht anscheinend. Wir sollen die aber abgeben, oder nicht? Ja, in Sanctuary. Bei Marcus. Dann machen wir die, das ist ja auch noch alles hier in der Ecke. Geht's da lang, dafür müssen wir da hoch. Okay. Da hoch geht's, da hinten rum irgendwo. Da lang. Und hier. Routing-Genius. Hm? Ich will können noch zurückgehen. Ich hab schon mal eine Flagge aufgegangen, aber nicht hochgefahren. Ja, aber ich bin grad auf dem Weg. Ja, ich komme schon hinterher. Was denn, wir müssen dessen Endes irgendwohin? Oh nein, mein ich. Du bist schon hier lang, Alter. Ah ne, das ist doch anders. Ach, hier sind wir wieder. Ach, das ist auch die Flagge, die du angehängt hast. Ah, gut. Wir kennen uns aus. Ja, merkt man doch. Total. 100. Der Punkt, Alter. Wir kennen uns wie nix. Wir sind wieder auf die Flagge drauf, ey. Das ist doch cool, glaube ich. Mach mal die Kiste hier auf mit. Klassen-Mods. Klassen-Mods. Zwei normale für dich, Simon, und eine grüne für mich. Die auch nicht so geil ist, aber ich nehm sie mit. Geben die irgendwelche Skills? Geben die für mich? Äh, nö. Das ist doch interessant. Bleib bei dem Generator, bis die Flagge ganz oben ist, Slap. Nein. Der Slap will unsere Flagge einholen. Kümmert euch doch! Ich bleib mal hier oben drauf stehen, ne? Das könnte doch ganz geil sein. Jo. Komm ich nicht mehr auf die Flagge drauf. Scheiße. Ah, ist ein Flugflugfächer. Klar, was sonst? Ich mach den aber verdammt gut Schaden, muss ich sagen. Jo. Ich mach den! Geben die Schaden! Geben die Schaden! Geben die Schaden! Ach so. Nein, Güte. Oh oh. Turf Thrasher. Der ein bisschen auf mich schiebt. Schalte den Generator wieder ein! Er wurde getroffen! Oh shit. Ich versuch mal. Oder? Gut, dann geht Konsolz. Ne, ich mach den Threater schnell. Das geht schon. Sag ich doch. Wenn er 10.000er Raketen hat, ist er schnell down. Wir 10.000er Raketen. Wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich, ja. Das ist toll hier oben zu sein. Genau, den da hinten wollte ich hochheben. Airborne Marauder. Egal. Ich muss schon zugeben, der Sniper ist für die Helikopterviecher echt geil. Ja, wenn man gut genug voraus zählt, ist meine Waffe auch gut. Weil der Explosionsschaden macht denen richtig gut Schaden. Weil mir gerade echt hart die Muni ausgeht für die Viecher. Oh, 4 Schuss. Also 2. Das nächste, was ich mach, ist ein Slack-Schaden bei dem. Ich hab einen Respawner heute nicht. Ne, komm, hier, Korrosions-Sniper. Mal gucken, wie weit ich komme. Vielleicht zu mir? Ich versuch's, ja. Danke. Von der Plattform aus. Nice. Nice. Bleib kurz stehen, Flieger, bleib stehen. Stehen bleiben. Das könnte der Beginn von etwas Spitzenmäßigen sein. Ach ja. Hab dich. Wenn du gleich in Sichtreich weiter wieder bist, hab ich dich. Du bist nämlich gerade hinter nem Feld so ein bisschen. Hab dich. Super. Ange- Oh. Oh. Ja, komm. Wieder in Sichtreichweite gehen, dann hab ich dich wieder gleich. Ja, ansonsten hab ich den Korb da gleich gleich. Ja, dann hab ich den Korb da gleich gleich. Dann bin ich kurz drüber. Oder so, ja. Das ist sowieso besser überleben als da. Ich hab 19 Leben. Warum hab ich so wenig Leben? Jetzt wird's lustig! Was schießt auf mich? Ach, da unten so. Marauder. Oh. 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 Die Flangen sind bei oben. Das ist richtig und das wird geil! Oh! So schade Dinge sind echt geil! So! Gut gemacht, Junge! Haben wir es dann! Kurz auf die Slack-Sniper umgerüstet Normaler Buzzard Und keine Muni mehr Wunderschön Und runter von meiner Plattform, weil ich neue Muni brauche Fehlt noch eine Flagge Und ein paar... Thrasher Ja... Den kommen wir ja klar rein Oh, ich muss noch sieben im Nahkampf töten Wofür? Das ist ne super Herausforder wieder Ah ja Hammer! Hopp! Oh ja, aber... Kacke Warum hab ich gerade überhaupt keinen Schocker mehr ausgerüstet? Mach ich aber jetzt wieder... Für uns weisen eigentlich nicht Hab ich die gerade ausgerüstet? Ich dachte schon... Munition... Munition... Ganz dringend... Wow, ein einzelneer Leer-Leer-Marauder Leg mich! Aber hart, ey! Ich nehm's zurück Es sind doch einige Ach ne, der... Badass-Dings ist wieder zum Leben erwacht Ja, ich hab... Wir müssen uns um das lange eigentlich nicht kümmern Und jetzt hab ich jetzt nichts gesehen, was wirklich wichtig wäre Hm, das war klar Ja... Hm... Hm... Ja... und da bin ich down Ja... und da bin ich down Ja... und da bin ich down Ja... und da sind alle da unten Hilfe, ich sehe niemanden... Da... Ja, ne, ne... Fuck... Komm, ich hab'n Feel-Arts-Versher direkt vor mir Okay Wo seid ihr denn? Dahinten Hier hinten, beim Zetten Jetzt... Ah, fuck... Ja, mein, ähm... Ja, mein... Ja, mein... Dings hat sich gerade geleert Ah, fuck... Ah, ich hab'n dich getroffen, aber es ging daneben Ja... Er wollte einfach nicht, so wie ich wollte Ich hab'n mich getroffen, aber es ging daneben Ja... Eigentlich war der... War der drauf, aber er zählte nicht Oh, es gibt auch weitere Buzzards hier im Umkreis Das ist grad echt nicht wahr, oder? Wir sollten eigentlich nur zur nächsten Flagge laufen, oder? An... und versichere Eigentlich muss man ja auch verteidigen Von daher wär's schon mal zu gut Und vorher ging dann das ausdünnen Die nächste Flagge ist doch ganz woanders Die nächste Flagge ist doch... Glaub' ich bei mir Ich weiß noch nicht wo du grad bist Map Oh, ihr seid ganz woanders als dich, okay Ja... Das wird die... Das wird die... Ah, die... Ja, genau... Das ist in dich Map Wie hat ihr da hingekommen, so schnell? Ist andersrum gelaufen Toll Dann müsst ihr aber erstmal ohne mich klarkommen Wir sind gestorben, deswegen sind wir so schnell hingekommen Ja... Okay, ich bin auch gleich tot Ich kann aber wünschen, ob das hier... Ja... Weil dieses Feuer-Tentakel-Vieh sich direkt in meine Fresse gelegt hat Hm... Und sich dachte... Hm, Big Rösti Zeit für den Super-Roboter-Gandale! Okay... Und ich bin wieder hinter der gespawnt, ne? Ich schaff's nicht mehr zu euch, glaub' ich Also ich bin da... Alles gut Jaja... Aber... Ich komm nicht mehr zu euch Weil ich werde nämlich auf der anderen Seite gespawnt, hier Wer ist den? Doch, ich hab's rüber geschafft Jetzt muss ich nur noch hier den Weg zu euch finden Ich hab keine Granaten mehr Oh... Ich bin da Kill'em! Alter Ja... Und nötig Ich bin auf'n Weg Wahrscheinlich überlebe ich den Weg zu dir aber nicht Doch tu ich Wenn auch knapp Ja, du jetzt ist doch ein Schwerfaller Ich hab's nicht schnell genug geschafft Ah fuck, Raging Goliath Hab's nicht schnell genug geschafft Jo... Wackelt Mach dich hin zu mir Mach dich Komm her, komm her, komm her, komm her, komm her, komm her Scheiße Wenn du noch kurz überlebst, dann krieg ich dich auch wieder Aber es wird wahrscheinlich knapp Oh, gut Glück gehabt Oh, gut Glück gehabt How about no, Nomad? No, Nomad Ich hab den Witz vor dem Englischen häufiger gebracht im Spiel Ja Wo, von wo, von wo kommen die Schüsse? Von da hinten gerade Da Ganz da hinten Ich hab den Witz vor dem Englischen Alter, diese erhöhte Feuergeschwindigkeit, die ich im Face-Block hab Das ist so Praktisch Oder ich glaub, die haben wir alle, oder? Ich weiß nicht, oder? Ich weiß nicht, oder? Nee, ich die Keine Ahnung Ich hoff, sowas Löwe Auf Hör 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 Das hat gerade sehr gut gepasst Konstantin Hä? Seine Aussage, halt die Fresse, hat gerade sehr gut gepasst Hör Jetzt gibt's auf die Fresse habe ich gesagt Achso, ich hab halt die Fresse verstanden Oh Hör Das ist jetzt ein Nahkampf, wenn er rein... Trotzdem hat das gut gepasst. Dass ich das gehört habe wenigstens. Ach, von da ganz hinten ballerst du auf mich bist du niedlich. Komm, lass dich mal hochheben. Gebt euch beiden mal Heilung damit.